ja ja kennen wir bist du die kontaktperson hier bin ich sie kratzt entlang ihrer unebenen nahe ja also grausame ladung und ein besserer vorschlag hat sich geändert der kaufmann sehr verklaut außerdem dass die sklaven damit einheimischen des vores verhandeln ja und natürlich hat sie noch was geändert da steht das ist im kampf locker hier ein kluger vorschlag hat sich ein paar mal geändert und grausame ladung grausame ladung hatten wir jetzt noch der kluge vorschlag genau erscheint als gäbe es einen ein und ausgang auf der unteren ebene der sklaventreiber fest und einen unterwassertunnel der ins meer führt seofall eine von ältesten spioninnen bat mich darum die arbeit der sklaveregel auf kurmsporn mit jedem notwendigen mittel zu untergraben laut seofall brechen die sklaventreiber auf kurmsporn das gesetz indem sie die eingebunden des todesfeuers als sklaven verkaufen das ist auch so eine doppeldeutige morale hey cool bernstein und velorum und die ogre kanoniere die sehen putzig aus vor dem bohrt sich eine schmale höhle wie ein pfeil in dem felsigen bereich unterhalb des lang zerbröckelten steinfundaments der festung die gedrungene öffnung der höhle wird vom meerwasser über umspült ich mache mal ein quick save obwohl ich sollte hier einen richtigen safe machen und bei ihr sachen kaufen hier liegen sklaven herum sklaven söldner und händler oh bei ihm könnte ich auch abenteuer importieren abenteuer anwerben besatzungsmitglieder koch navigator bootsmann kann mir tägliche löhne vier matrose meister navigator ja der bringt mir nichts ich habe schon einen guten navigator wenn ich mir so die schiffsmannschaft angucken bräuchte ich einen bootsmann weil einen steuermann habe ich ich bräuchte einen chirurgen also einen bootsmann und einen chirurgen erst mal weil ich habe drei kanoniere und einen matrosen vielleicht noch mal gucken wo ich das finde um verwaltung charaktere nicht wirklich mit mir mal all deine dietrich ich habe ja wollte ich an aufgeben Inringen. Ja. Ja, ja, kennen wir alles. Ja, Waren kaufen, genau. Deine Dietriche, deine Brecheisen, Seile und Hammer. Auch wenn das alles nicht bei Seraphim landen sollte. Egal. So, jetzt kann ich mal kurz einen Speicherstand machen. Das ist jetzt 52A. LP052A. Oder ne, 51A. So. Für den Fall, dass wir jetzt gleich Scheiße bauen, indem wir da oben reingehen. Würde ich ungern vermeiden. Stapfe, Stapfe, Uka. Ja, ja, kennen wir. Ich möchte mit der Person sprechen, die den Betrieb hier leitet. Glaubst du jetzt, weil es sei an mir zu entscheiden, wer den Meister sehen darf und wer nicht? Oh nein, darüber entscheidet die Versteigerin. Tritt ein für die Versteigerung oder tritt nicht ein. Welche Versteigerung? Das lässt er uns wieder rein. Mal gucken, wie weit ich hochsteigern muss. Ja, wir machen jetzt weiter. Du wirst ein Anblick dieses... Du wirst den Anblick dieser Barmastigen von Skobut gezeichneten Hundesöhne genießen und mit Kupfer für ihr Fleisch bezahlen. Ich nehme an, wir sind nicht hier, um ihre Seelen zurück zu ihrer bleichen gepatzerten Herrin zurückzuschicken. Seine Finger schließen sich fest und im Griff seiner Waffe. Äh... Ich bin mal so dreißig. Ich höre den Kumpfsport, befasse sie mit illegalen Handelspraktiken. Woher sollen wir wissen, ob dieser Mann nicht aus dem Todesstammt? Schweigen breitet sich in der Menge aus. Auch die Versteigerung hat ihre endlosen Ankündigungen eingestellt. Sie schatzt sich direkt an. Ein einzelner Atemzuglang schweigt sie. Vorsicht, Amiko. Das sind schwere Anschuldigungen. Ich kann sie versichern, sie sind falsch. Ihr Auftritt ist jetzt auf einmal kalt und hart und scharf wie die Schneide einer Klinge. Die Menge reagiert gereizt. Ich komme vom Todesfeuer. Du kannst mich nicht behalten. Der Sklave hebt die gefessene Hände. Er hat die sich zufällig ergebene Gelegenheit erkannt und ergriffen. Die Versteigerung kichert. Es ist ein schneidender, höhnischer Laut. Unsinn, eine fällige Dummheit. Dann sag doch, Postenago, woher kommst du? Ich würde dir raten, bei deiner Angabe sehr genau zu sein. Ja. Das ist... Elim, ich meine also, er schluckt schwer und schaut zu dir, als ob er die Antwort an deinem Gesicht ablesen könnte. Das ist genug für heute. Das reicht für heute. Es wird Zeit, dass du verschwindest, Amiko. Diejenigen, die meisten der Kura seinen Gewinn kosten können, sind hier nicht willkommen. Sie schnitt mit den Fingern und bedeutet einer Wache, dich fortzuführen. Ich werde mich nicht verscheuchen lassen. Du bist nicht die erste Sauerei, die ich mich gezwungen sah, aufzuwischen. Ich hoffe allerdings, du bist die Letzte. Sie dreht sich um zur Seite blicken. Ein Mundwinkel ist zu einem bitteren Lächeln verzogen. Wachen zu den Waffen. Oh, jetzt hasst mich hier jeder. Aber töten wir sie einfach mal kurz. Nachtrag hinzugefügt. Kumpfsporn-Lehrräumen. Ja. Azura erzählte mir, blablabla, wenn ich, meiste Quartur, die muss ich nur finden und stellen. Auf Kumpfsporn herrscht jetzt die höchste Alarmstufe. Ja, nö. Ganz kleines bisschen nicht. Also, auch wenn ich mir gern mit Hagrim mal die Axt im Walde spiele. Oder eher die Kettensäge. Ja. Sollten wir hier doch ein bisschen mit Raffinesse vorgehen. Erst einmal, solange wir können, kaufen wir den Sklaven frei. Das Geld können wir uns ja nachher von der Leiche wiederholen, von dem Sklavenmeister. Wahrscheinlich noch viel mehr Geld. Gut, versteck, steigern wir mal normal mit. Was im Namen der versteckten, vermieden Teil von wem machst du da, Käpt'n? Du bietest tatsächlich auf Leute? Wenn du dich gerade aus einem guten Grund bietest, die du mir noch nicht verklickert hast, Käpt'n, werden wir ein paar Worte wechseln müssen. Das darfst du mir gerne glauben. Ja. Falls das überhaupt noch möglich ist, rattert die Versteigerung in der Zahlen nur noch schneller herunter. Sie verbreitet die Aufregung, die vom Trommelnwürmen mit jedem Wort bewegt ihre Hand sich als ob sie auf dem Rhythmus der Worte reiten würde. Der Preis ist jetzt auf 1000 Pires gestiegen. Äh, 1100. Ich habe 100, do we have 150? Can I get 150? 1100, haben wir 150, kriege ich 150? Jetzt ziemlich ungeduldig bedeutet die Versteigerung, dem Kotlinchen des Tolls den Kopf zu senken. Wahrscheinlich möchte sie einen glänzenden, zurückgebogenen Hörner vorführen. Stattdessen starte er sie nur an. Es sieht aus, als würde er am liebsten Gift spucken. Der Gebot ist ihm nur überbogen. Und jetzt haben wir 11, 150, die Bieter Nummer 63, 11, 200, do I have 3? Und jetzt haben wir die 11, 150, an dem Bieter Nummer 63. 11, 200, höre ich 3? Too steep for my blood. Das ist mir zu hoch, Nummer 24, schuld den Kopf. Andere aus der Menge murmeln ihre Zustimmung. Ich glaube, ich werde die Hörner im Salon aufhängen. Die perfekte Dekoration. Die Frau lächelt begierig und voller Schadenfreude. Bist du verrückt zu besitzen? Medizinischen Wert. Die Worte werden zornig hervorgestoßen, doch der Bieter macht kein Gegenangebot. 11, 150, going once, going twice. Und jetzt ist 11, 200, mit keinem Nummer. Wie alt ist das Licht von Mr. Klienten? 11, 200, do I have 3? Und jetzt haben wir 11, 200, von dem Bieter ohne Nummer. Wie merkwürdig. Ein reizvolles Rätsel, Klienten. 11, 200, bekomme ich 3? Die Bieterin betrachtet die Feiergert. Aufgeregt schlägt sie sich den Fächer mit Schläge gegen den Oberschenkel, doch am Ende hebt sie ihn nicht erneut. 11, 200 Pires zum Ersten, zum Zweiten verkauft und unser Mysteriös ist ein Bieter. Gelade, ich hoffe doch, du verfügst über ausreichend Mittel, um dein Willen, ebenso wie um meine Tränen. Komm jetzt, wir werden den Handel perfekt machen. Belfetto, lass uns den Deal abschließen. Wahrscheinlich die Koffe in Richtung des Gefesteten Gottgleichen. Ja, bist du sicher, dass du dich erkennst? Ja, ja. Gut, ein kluger Vorschlag und Krummspornlehrräumen hat sich nochmal geändert. Wie wurde eine Audienz beim Meister Kua gewährt, der die Operation auf Krummsporn leitet? Ja. Und ein kluger Vorschlag. Auktionator Marka hat mir gescheitert, die Festung auf Krummsporn zu betreten, um mich mit dem Meister treffen zu können. Zum Krummspornkerker geht's da runter. Ich kann wahrscheinlich nicht nach da oben, oder? Doch, scheinbar schon. Hast du dich verlaufen? Scheinbar ja. Gut, da wir aber jetzt schon am Ende der Aufnahmesession sind. Und hier alle irgendwie weg sind. Tue ich erstmal das Spiel speichern. LP 052. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.